Guten Abend meine Damen und Herren. Viele Menschen in Deutschland möchten sich selbstständig machen. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Selbstständigen stark gestiegen. Selbstständig zu arbeiten, das kann sehr schön sein, aber auch sehr anstrengend. Wir haben heute drei Gäste im Studio, die den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind. Vielleicht stellen Sie sich erst einmal vor. Wollen Sie anfangen, Herr Dill? Ja, gerne. Mein Name ist Hans Dill. Ich bin von Beruf Elektriker. Ich war acht Jahre in einer Firma angestellt. 2007 habe ich die Meisterprüfung gemacht und 2008 habe ich dann meine eigene Elektrofirma gegründet. Heute habe ich acht Mitarbeiter. Ich bin Irina Karelina. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin Krankenschwester und seit einem Jahr selbstständig. Nach vier Jahren Berufspraxis in einem Pflegeheim habe ich letztes Jahr die Tagespflege in der Altstadt gegründet. Mein Team und ich pflegen und betreuen Senioren von morgens bis abends. Und ich heiße Toni Vitello. Ich habe zusammen mit meinem Bruder eine kleine Pizzeria in der Innenstadt. Wir haben sieben Tage die Woche von zwölf bis 23 Uhr geöffnet. Herr Vitello, kann man mit einer kleinen Pizzeria genug Geld verdienen? Reich wird man damit nicht. Das Geschäft ist in den letzten Jahren härter geworden. Es gibt heute viele kleine, günstige Restaurants. Unsere Pizzeria hat aber eine sehr gute Lage und wir haben viele Stammgäste. Aber Sie arbeiten sicher viel, oder? Mein Bruder und ich teilen uns die Arbeit und wir haben auch noch fünf Angestellte. Trotzdem ist es sehr viel Arbeit. Aber noch einen weiteren Mitarbeiter anzustellen, können wir uns nicht leisten. So ist das nun mal. Aber meine Arbeit macht mir Spaß. Ich unterhalte mich gerne mit den Gästen und ich weiß immer genau, was es Neues in unserem Viertel gibt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Herr Dill, Sie haben einen Elektrobetrieb. Sind Sie mit Ihrer Selbstständigkeit zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt die Unabhängigkeit. Aber natürlich waren die ersten Jahre sehr schwer. Ich musste einen hohen Kredit zurückzahlen und habe Tag und Nacht gearbeitet. Aber Sie haben es geschafft? Ja, heute läuft es gut. Die Konkurrenz ist natürlich groß. Für ein Handwerksbetrieb wie meinen ist es extrem wichtig, dass man die Arbeit zuverlässig und gut macht und pünktlich fertig ist. Wenn die Kunden mit uns zufrieden sind, empfehlen Sie uns weiter. Und dann bekommt man auch Aufträge. Wie ist es bei Ihnen, Frau Karelina? Der Anfang war sehr schwer. Als kleine Unternehmerin musste ich mir viele Informationen selbst beschaffen. Da Deutsch nicht meine Muttersprache ist, war das nicht einfach. Ich brauchte auch einen Kredit von einer Bank. Ich musste meine Bank überzeugen, dass ich mit meiner Tagespflege für Senioren Erfolg haben werde. Ihre Tagespflege in der Altstadt ist ja inzwischen sehr erfolgreich. Was ist Ihr Erfolgsrezept? In diesem Beruf muss man bereit sein, hart zu arbeiten. Für mich ist es normal, dass ich mehr als 40 Stunden pro Woche arbeite. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Existenzgründung spreche ich heute mit Merit und Christoph Scharmbach, die vor einigen Jahren mit ihrem Senfsalon den Schritt in die Selbstständigkeit getan haben. Herr und Frau Scharmbach, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Senfsalon zu eröffnen? Ich habe einmal die Sendung mit der Maus im Fernsehen gesehen. Das ist eine Kindersendung, in der gezeigt wurde, was man alles mit Senf machen kann. Danach habe ich meine eigenen Senfexperimente gemacht. Wir haben verschiedene Rezepte ausprobiert, zum Beispiel Senf mit Bananengeschmack. Nachdem wir einige gute Senfrezepte gefunden hatten, haben wir unseren ersten Senf auf einem Wochenmarkt verkauft. Wir hatten nur 20 Gläser, aber die waren innerhalb von einer Stunde weg. Danach haben wir immer mehr Wochenmärkte besucht und der Erfolg wurde so groß, dass wir das Geschäft beim Bürgeramt als Gewerbe angemeldet haben. Außerdem brauchten wir mehr Platz und haben deshalb Geschäftsräume gesucht. Für uns war das eine gute Chance, eine sichere Existenz aufzubauen. Wir beide haben Berufe gelernt, in denen es nicht einfach ist, eine sichere Arbeit zu finden. Ich bin Musiker und war gerade arbeitslos, als ich mit dem Senfexperimenten angefangen habe. Und meine Frau war freiberufliche Fotografin und es war für sie sehr schwer, in diesem Beruf Aufträge zu bekommen. Ich habe auch einen Existenzgründerkurs bei der Industrie- und Handelskammer gemacht. Ich hatte zwar schon Erfahrung als selbstständige Fotografin, aber ich hatte noch nie ein Geschäft eröffnet. Außerdem brauchten wir Geld, um das Geschäft zu eröffnen. Deshalb haben wir bei einer Bank einen Kredit aufgenommen, was auch ziemlich kompliziert war. Wir mussten genau angeben, wofür wir das Geld brauchten. Und die Bank hat unseren Kreditantrag erst nach langen Verhandlungen akzeptiert. Sicher haben Sie sich auch beim Finanzamt angemeldet. Nein, das war nicht nötig. Nachdem wir das Gewerbe angemeldet hatten, kam ein Formular vom Finanzamt. Wir haben uns gewundert, als es gekommen ist, aber es war auch sehr praktisch. Wir mussten nur das Formular ausfüllen und abschicken. Und die Anmeldung war fertig. Sind Sie mit Ihrer Entscheidung, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, zufrieden? Am Anfang war es schwierig. Wir hatten viel Geld investiert, aber in den ersten Monaten haben wir noch nicht so viel verdient und wir mussten viel lernen. Über Hygienevorschriften, wie man auf den Etiketten die Inhaltsstoffe in dem Senf angibt und so weiter. Heute läuft es besser. Obwohl wir mit dem Geschäft nicht reich werden, haben wir genug Kunden, um davon zu leben. Es ist auf jeden Fall immer interessant. Wir haben viele Kontakte. Es macht Spaß, die Senfsorten zu komponieren und zu merken, dass die Kunden zufrieden sind, wenn sie etwas gekauft haben. Heute haben wir mehr als 30 verschiedene Senfsorten im Angebot. Im Winter verkaufen wir Weihnachtssenf und im Frühjahr Frühlingssenf. Wir haben immer neue Ideen und so bleiben wir sicher gut im Geschäft.